Digger, ich bin der beste Torhüter, guck mich an, guck mich an, guck mich an. Ich halt jeden Ball. Ich halt jeden Ball. Dumm. Marder widerspricht den Igel. Los geht's. Oh. Ha, ich hab'n Leuchteffekt. Hä? Was ist der Ball denn? Da ist der Ball. Oh. Du, ich hab das mal mit so zehn Leuten gespielt. Das war so witzig. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ich seh den Ball nicht. Fat man again. Alter, ausgetrickst. Hä? Was ist der Ball? Neymar! Neymar! Hehehe. Ohohohoh. Ohohohoh. Freistoß für dich. Ja, easy. Dumm. Runtschwer. Der Ball leckt. Hehehe. In dem Fußballspiel. In dem Fußballspiel. Der Ball leckt. Schiri. Schiri, der Ball leckt. Lull. Dumm. Habe ich freistoßen, Alter. Oder sowas ähnliches. Keine Ahnung, was ich machen muss, wenn er es ausfliegt. JET! Oh. Wo ist der? Alter. Hinsetzen gedrückt hast. Irgendwann du Inset erstmal hinsetzen gedrückt hast. Oh. Digga. Digga. Nein, ey Digga, Digga, Digga. Digga, dazu sag ich nur das. Nein, das war ich gar nicht so. Nein, das war ich auch nicht. Fuck. Dumm. Na los. Ich widerspreche dir gerade. Hört zu mich hin. Du bist der Stein wieder. Aber jetzt wird geböllert. Der Ball ist wieder da. Auf Abfangkurs. Der Ball leckt schon wieder. Wenn du drei Punkte hierst, passiert was Schönes. Und wieder? Hun. Oh, oh, oh. Ich. Er rutscht nicht. Er rutscht nicht. Oh. Oh. Höh. Ich bin gerade auf dem Ball kurz gewesen. Ah, scheiße. Geh mal nicht laufen, aber egal. Oh. Nein, nein, nein. Ah, ah, ah. Hallo. Dumm. Ja, oh, ja, oh. Nein, nein, oh. Ah, nun kann ich nicht durchgehend sprinten. Es fühlt sich nicht so an, aber du tust es. Es sieht auch nicht so aus, weil man so fett ist und unmobil. Und die ganzen Leute hier über das Spielfeld laufen. Wie heißen die Boys nochmal? Runner oder so? Alter, hast du das gesehen? Oh mein Gott. Beste Eier. Bester Spieler. Au. 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 EU-Deutschland. In EU-Deutschland. Alter. Geil. Er sneakt. Er sneakt, der Kleine. Der Jäger sneakt. Au. 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 Etz. Ich hab den sogar noch wieder rausgekickt. Hallo, Friedrich. Wartet, 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 wartet. Die tanzen sind drei, Alter. Der tanzt nicht. Wenn eine Maschine den Roboter-Tanz macht. Dumm. Okay, lass die Story weitermachen. Der Stein. Du hast grad den Stein weggeschoben. Ein Holaschein. Nein. Das ist vielleicht der Kopf, aber nicht dieser Stein. Eee. Die rote Schlacht. Sprich mit Havtron. Wo ist Havtron? Und da oben. Oder die da auf der Kante steht. Ja, genau die. Tschüss. Tschüss. Warte mal, ich hab da grad was gekriegt. Jetzt mach ich mal looky-looky, ob ich so ne Kacke schon hab. Ne, hab ich nicht. Gut. Wow, ich hab grad zweimal dasselbe Gewehr mit verschiedenen Namen gekriegt. Nice. Cool. Verlorene Objekte. Kannst du das aber mitnehmen, oder was? Ach, aber das kann ich jetzt einfach Taken und Dumm? Hä? Muss das nicht auch verfolgen, damit wir das zusammen machen können? Ja, kannst du ihn reißen. Ne. Nee, nicht. Doch. Da gibt's ne Landezone. Ach, ja, stimmt. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Dumm und desorientiert. Dumm und desorientiert. Wieso kann man nicht einfach da hinreißen? Hä, 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 hä. Werf mich doch ver- Ne? Scotty biehm mich doch einfach da runter. Nee. Aber das ist kein Teleporter, den Scotty benutzen könnte. Da ist ein Teleporter, aber wird einfach rausgeschmissen. Durch die Wand. Dumm. Alter, die Enterprise in Destiny. Okay, vergraben. Und dann zu meinem Boss. Einfach Torpedos raufschießen. Hetz. Brogan, wir sind bei mir ein paar Texturen-Rip. Achso, ich hab nen Speeder, wie du siehst. Neun. Das ist sogar ein exotischer, also ein legendärer. Der ist weiß und kottbraun, oder? Das ist aber auch total egal. Oh. Der ist doch kottbraun. Und wo bist du lang? Hier durch, oder wo bist du? Hier so, so übers Wasser, so. Ein bisschen durch den Sumpf, durch die Gülle, ein bisschen durch die Bahn. Oh ja! Jetzt wird Kate richtig eifersüchtig. Egal wie, wir müssen es zur Allmacht schaffen. Was? Wer ist Kate? Aua. Der Roboter-Dude, mein Lehrer. Spoiler. Da! Was für Spoiler? Alla. Alter. Dieser Typ. Ich bekomme also nichts, und die bekommen so viele, wie sie wollen. Geh weg. Das ist meiner. Dumm. Sie fallen nicht immer durch, föhlen mit Panzern, oder? Simulation Derby. Das ist jetzt RIP. Du hast mich rausgekickt. Cool. Dumm. Und natürlich hat die Rot-Legion auch Panzer. Äh, was? World of Tanks? Toll. Sie haben die Brücke eingezogen. So kommen wir da nicht rüber. Oh, dein Super-Panzer kann nicht fliegen? Oh. Ist es irgendwie eine Taschenlampe, oder so? Äh, wenn es dunkel wird, schaltet sie sich automatisch ein, die Taschenlampe. Aber hier ist es überall dunkel, und die schaltet sich nicht ein. Eins, und hier ist zwei. Hier ist, ey. Ich sehe nichts, das ist 200% schwarz. Ist das noch ziemlich hell, Alter. Ich habe auf den dunkelsten Grad, ja? Mein Screen ist schwarz. Das Einzige, was ich auf meinem Screen sehen kann, ist meine Waffe. Das Einzige. Also ich meine HUD und die FPS-Zahl. Ich wünschte, ich könnte auch da draußen sein und ein paar Kugeln abholen. Es ist wieder schwarz. Ich sehe nichts. Hochspringen, hoch, also ein bisschen weiter zurückgehen und dann hochspringen. Ah, ja. Du, das ist orientiert. Mach doch das Kack nicht an. Die Lappen. Alles klar, Hüter. Ich habe mein Teil getan. Jetzt kümmere du dich um Tumors für uns. Für Tumor-Russ. Den Tumor und... Tumor-Russ. Was zum fuck bist du? Er ist immun. Gewonnen. Dumm. Und ich dachte schon, das Spiel wird jetzt spannend. Da kommst du mit deiner 3000er-Ufer. Ja, wir haben Ende hin. Ich hatte, ich habe mir schon so gedacht, Alter, jetzt kann ich noch probieren, da hin zu sprinten und einen Nahkampf auf den Ollen zu machen. Aber da war schon Rüpf. Das ist sogar ein fucking Telekix. Telekix? Ja, Telekix. Ich mag Telekix, ne? Genau da. Hinter dir. Ich höre gar kein Geschrei. Bist du noch an einem Stück? Im Gegensatz zu dir kommen sie gut mit feindlicher Technologie klar. Hey, der Teleporter war ganz verwechst und so. Verwechst. Lol. Wie finden wir uns auf Warp, Mr. Solo? Alter, ich geh nach, bin ich so krass gegrillt. Alter. Wie viele waren das? Sieben in Folge? Wer braucht das Licht, wenn man einen gefiederten Freund an seiner Seite hat? Richtig? Habe ich recht oder habe ich recht? Ich habe recht. Überlass das mir. Du gewaltt. Das ist Lord Chicks gewesen. Lord Chicken? Lord Chicken, da geht's. Lord Chicks. Er wird schwarz. Nehmt ihn die rechte. Alter. Ah, der hat's reißen. Hallo. Leise. Hat funktioniert. Hey, nein. Nein, ich kämpfe nicht mit, nein, nö. Also, ich kenne du da gar nicht. Ja, lass dich doch einfach alleine kämpfen. Siehst du? Kriegen wir Isu hier nicht, ich habe Raketenwerfer. Und ich habe meine Fäuste. Du erkommst mir nicht nochmal. Wir brauchen die auch gar nicht, weil du fucking low bist. Du bist so fucking low, dude, alter. Ja, du bist ja übelkacke. Irgendwie wirkst du ja so Messer. Ich kann einfach nur sidestatten, oder? Fäuste dann immer noch perfektiv. Ach, 30 Damage gemacht. Ich hau dir in die Fresse, Alter. Stum, sag. Kacklappen. 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 Was? Das muss man auf die Leiche drauf boxen, Alter. Ja, ich habe 338 Schaden gemacht, okay. Dieser Bosskampf war ja so easy. Ja. Das hätte ich selbst alleine geschafft, glaube ich. Du hast versagt. Ein Reisender findet das nicht gut. Ein Reisender wütend. Ein Reisender sehr sehr wütend. Ein Reisender sehr sehr wütend. Ein Reisender sehr sehr wütend. Seißen Sie dir gleich aufs Maul, Alter. Ein Reisender sehr sehr wütend. Und Reisender macht jetzt Licht, um dich blind zu machen. Reisender Tötet Gahl Reisender Gibt Gahl aufs Maul Reisender macht Atomexplosion Alter Reisender heißt jetzt King Yun-Un What the fuck Und The Bombing of Nagasaki continues Hiroshima 2 wurde geboren Dumb Alter Bin ich Nein da bin ich Und bei meiner Mike und ich hab rote Haare und pinkes Gesicht Der Boy ist grad nachgerendert bei mir Auf einmal waren da Falten Guck mal Reisender kaputt Das ist noch mehr RIP als vorher Der hätte jetzt sogar eine eigene Umlaufbahn Hilfe What the fuck Der macht mich nach Alter Unfair Ich wollte doch der einzige sein mit der Umlaufbahn Er gibt das Licht Ich gebe die Pommes Ah ja Ah ja Er gibt das nicht Ich gebe die Pommes Cool Das war ein geiles Spiel War extrem langweilig die Story Also irgendwie Kontext war halt nicht da Wir haben zwei Jahre daran gearbeitet Junge die Story war so lobob Guck dir mal die ganzen Ja guck dir mal die ganzen Ausrüstungsteile an Die brauchen alle ein eigenes fucking 3D Modeling Ja klar natürlich Das ist halt geilo Aber ja zwei Jahre dafür Für das Spiel an sich ist doch geilo Super geilo Das läuft ja perfekt Aber die Story ist scheiße Von Tag 1 Von Tag 1 an Das ist halt Das sind halt gute Leute Aber trotzdem eine kack Story Und an sich Hätte ich nichts anderes tun müssen In der gesamten Story Außer C zu drücken Ist halt wirklich so Ich hätte nichts tun sollen Ich hätte einfach nur C drücken Das war super unnötig Irgendwelche Waffen zu verwenden Wee Ne Reisender Macht ne Explosion Oh ne Und das ist dann das DLC oder was Das werde ich nicht sagen Das werde ich nicht spoilern Das ist gut Also das magische Dreieck ist das DLC Gut Dann weiß ich schon was mich erwartet Das Bermuda Dreieck ist Auch in Destiny 2 vorhanden Die Gegner sehen so aus wie fucking Pyramiden Und der End ist der Pharao Das ist doch gut Cleopatra Das ist doch gut Das ist doch gut Das ist doch gut Vielen Dank.